Versuche, gerne. Ich glaube, du musst springen. Ah, der ist hier. Ich glaube, wenn du rollst, gelangst du nur noch an die Wand und fällst straight down. Aber wenn du springst, dann hast du forward momentum. Kann man gegen die Wand springen und dann einfach vorwärtsgelegen und dann... Ich glaube, du kommst da nur mit der Rolle am Ende eines Sprungs wieder rauf. Das heißt, du musst springen. Allerdings braucht man Anlauf genug. Und ich glaube, das fährt. Easy! Fumper, fumper! Fumper, fumper! Fumper, fumper! Da ich ja das mitlöse. Alter, oh mein Gott, Paul. Ja, jetzt... Ja, Pech, Pech! Lass! Lass! Das war's für heute.